Wenn ich hier nicht rein, ah ne, ich bin unten rein, dann sage man mir, wo ist mein Gewinn, hier rausgekommen zu sein? Ach, komm ich da lang? Ich kann da lang, okay, ich hab nichts gesagt. Heftige Rätsel. Es ist wirklich, also manchmal, das einzige, was halt passieren kann, ist, dass man irgendwann, dass man irgendwann mal nicht richtig hinguckt, sozusagen. Bam, bam, so what? Nicht, dass ich hinguckt und es dann irgendwie verpasst. Kriegst du das hier irgendwie auf? Aha. Gucken wir mal, ob ich das aufkriege. Erstmal hol ich mir da unten die Truhe. Geil! Nice! Wuhu! Was erwartet mich wohl? Zwei Bomben! Da gerade ich direkt in Bombenstimmung. Hey, Jungspund! Abenteurer-Rekrut, was guckst du so? Hast du noch nie einen Ofru gesehen? Ich bin dir für meine Rettung dankbar, aber ich muss hier weg. Besuche mich doch in meinem Versteck auf der anderen Seite der Wüste. Statuen werden dir den Weg dort hinweisen. Ich heiße Rigger. Stell hinterher. Eck ist er. Okay, gucken wir doch mal. Ich bin ein Abenteurer-Rekrut und kann ab sofort bis zu zehn Bomben gleichzeitig tragen. Na, das ist doch mal ein geiles Upgrade. So lobe ich mir das. Vielleicht mache ich es hier unten mir erstmal bequem und ein kleines Nickerchen hier auf dem Höcker. Kann ich den wohl hier drauf locken? Ich kann. Schön. Aber dann kommt er und holt mich. Ei, ei, ei. Episch. Ich gucke hier schon mal rein. Ah, nein, nein, nein. Ah, nein, nein, nein. Oh, nein, nein, nein. Wow. Ich glaube hier lang, ne? Ach so, ja. Erst die wieder. Finde ich mir auch eigentlich was hier unten oder habe ich einfach das längere Schwert? Aha. Na, das hätte ich mal gleich machen sollen. Treppe zum Wachturm. Ist hier noch was mitzunehmen? Irgendwas Schönes? Irgendwas Nettes? Gurtnock, hör auf, Teersaft zu trinken. Schnapp dir deine Goblins und komm zum Versteck. Wir bereiten einen Überfall auf Tikarell vor. Es wird Zeit, dass sich deine Truppe nützlich macht. Ach du Scheiße, Überfall auf Tikarell. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Lisse, ma? Boom, baradada. Oh, ja. Ich hoffe, ich bekomme demnächst irgendwann mit der nächsten Heldenstufe mal mehr Ausdauer. Das ist was, was ich sehr anstrengend finde momentan, dass er sofort schlapp macht. Aha, hier sind wieder Oktipäden, oder wie die heiße. Orthopäden, glaube ich. Wow. Du auch noch. Wow. Aha, die kann ich doch schon wieder schieben. Aber wohin soll ich sie schieben? Aufregend. Ich kann sie irgendwo hinschieben. Ist ja eine geile Idee, wo ich sie hinschieben soll. Ich könnte sie hier runterschieben. Aber das scheint mir nicht klug. Ich schiebe sie einfach mal irgendwo drauf und gucke mal. Ah ja, mhm. Hat ganz gut funktioniert. Ich fahre, glaube ich, ganz gut damit, wenn ich die Dinge einfach immer dahin schiebe, wo ich nicht denke, dass sie hin müssen. Weil ich denke, das kann es nicht sein. Das ist es dann aber einfach. Regers Zuhause. Siehste mal? Hier ist Regers Hut. Wohnt nicht sehr wirklich hier. Hier. Er hat eine richtig krasse Bude. Ich weiß nicht, ob Lissi duscht, glaube ich. Gerade. Aber Marcel verkündet, er trinkt jetzt auch einen auf Lissi. Interessante Ecke. Welt. Gegend. Toll, hier oben. Das ist wirklich. Ich könnte mal hier gucken, was da drin ist. Aber ist dann auch nicht so, als würde man sagen, wow. Gut, dass ich das gemacht habe. Immer erst mal überall eine Bombe drauf. So, was ist hier? Text zu verwittert, um ihn lesen zu können. Ruhe in Frieden. Bold Wing. Ah, traurig. Hab dich gefunden. Danke, dass du mich aus dem Düstervolklager gerettet hast. Tut mir leid, dass ich gleich abgehauen bin. Ich möchte dir das hier geben. Es ist nur ein einfacher Zauber, aber er hat mich schon oft vor Problemen bewahrt. Ich bin der letzte meiner Spezies. So wie die Wälder von Pirtha verwelkten, schwand auch mein Volk dahin. Vor 50 Jahren wurde ich Zeuge, wie mein Bruder fern der Heimat in einer Schlacht fiel. Dank dir habe ich noch einige gute Jahre vor mir. Und du suchst wirklich nach dem Emblem der Erde? Das ist ein Owru-Artefakt. Und die Blöden fiel, die Blöden fiel, und die Blöden fiel, und die Blöden fiel. Das ist ein Wälder, die Blöden fiel. Jetzt, Termus, ein Dämon plant, hat über den Schrein. Der Schrein ist auf einem nebenanen, der wurde ein Teil der Kirta-Kontinent. Gehen nach der großen Wälder. Diese Lande gehören uns aus Orus. Die Spirits unserer Ancestoren resten da. Aha, ich kann jetzt also einen neuen Zauber. Und da ist jetzt auch Mana angezeigt, unter meinem Leben. Sehr spannend. Und ich habe eine neue Insel enthüllt. Es geht also gut voran bei mir. Die Frage ist jetzt die... Ja, was ist denn eigentlich die Frage? Die Frage ist die, was kann der Zauber? Soll ich ihn einfach mal ausprobieren? Ziel für Objektzauber wählen. Linker Stick und dann mit A-Knopf bestätigen. Wollen wir Touchscreen verwenden? Habe ich nicht. Touchscreen. Hier. What the fuck? Da kommt einfach irgendein Objekt von oben oder was? Freak. Shit. Wofür soll ich das Schwert ziehen? Ah, ich kann hier nicht schieben, weil... Dreck. Es ist also wirklich... Diese Rätsel, es macht mich fertig. Ich wüsste gerne, was ich schon so verpasst habe an Stellen, die ich hätte hochsprengen können oder so. Wenn ich mal hier zum Beispiel ausprobiere. Leider nein. Der Kleine jetzt noch hier? Ja. Der Kraftzauber beschwört ein Objekt an einer Stelle deiner Wahl. Du kannst ihn nutzen, um mit Dingen zu interagieren, die außerhalb deiner Reichweite sind. Das ist ziemlich aufregend. Aber mit was würde ich agieren wollen? Und bin ich jetzt vollständig in der Kraft, die ich habe? Ah! Na! Guck mal! Guck mal! Top! Geil! Aber da hinten war doch auch noch eine andere Richtung, die ich hätte gehen können, ne? Das hat sich mal gelohnt. Noch tiefer? Okay. Geil! Cash, 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 cash! Money, money, money! Hier geht's schon wieder raus. Ich hab doch noch eine Ecke vergessen, irgendwie. In der ich dann gar nicht war. Ah! Hier wär's dann lange gern. Okay. Verstehe. Mega nice. Ich kann jetzt zaubern. Wie geil ist das? Ha! Warum kann ich hier nicht einfach kurz runterhüpfen? Mann! Man kommt irgendwo... Kommt man hier aus einer Höhle raus? Oder was ist da der Idee? Ich kann ihn sehen, ganz genau. Oder lege ich da an mit dem Bötchen? Ich weiß es doch nicht. Oder kann ich mich hier durchbomben? Auch möglich. Ha! Das hab ich ja gerochen. Nice. Alter, 100 Münzen. Da seht ihr mal. Dalla, dalla, billa. Das sind eure Spenden bestimmt, die jetzt hier auch im Ingame ankommen. Okay. Lasst einen Gegner an einem Schild zehnmal abprallen. Ach Gott, das ist auch nur was, wenn man nur auf der Insel hier geht, oder was? Ist hier noch irgendwo ein Gegner, den ich mal kurz abprallen lassen kann? Könnte ich kurz machen sonst. Das waren vier. War das nicht abgeprallt? Ist Abprallen etwas anderes? Offenbar funktioniert es nicht. Oder zählt er nicht als Gegner? Kann ich nicht lang, oder was? Nicht wahr? Ah, toll. Na toll. Na, klasse. Aber da hoch kann ich, das müsste ich eigentlich noch können irgendwo. Ist das hier wohl, da bin ich irgendwas? Man weiß es nicht. Also jetzt auch ein Objekt zu beschwören. Das kann ich aber mal machen. Davon hat es, also es kostet ja nichts. Dann kommt einfach irgendwas. Was? What the fuck? Noll. Ja, dann fahre ich erst mal wieder weg. Okay. Okay. Ob die Gefahr für Ticarelle jetzt schon da ist? Also ich hätte ja auch gute Lust, in der Bombeninsel jetzt nochmal die weißeren 8,78% auf der Bombeninsel habe ich geschafft. Das ist die Frage, ob das jetzt zum Beispiel mehr wird, wenn ich da die restlichen die restlichen Steinchen noch einsammle. Eigentlich ist mit der Zeit natürlich jetzt wirklich schon langsam knapp. Was haben wir denn? 10 vor 9. 10 Minuten lang noch. Okay. Nicht ganz. Hallo. Roter Himmel bei Nacht und der Seemann lacht. Uh. Der greift mein Schiff an. Der Lümmel. Ich könnte auch da nochmal kurz halten. Meint ihr, da ist auch noch ein Stein? Ich kann da ja mal kurz halten. Kann ich nicht? Doch, kann ich. Dann halte ich da ganz kurz. Bin ja nebenan. Ja, komm ich an. Hier ist es nicht so ganz so nebelig. Ich habe auch nicht so richtig viel dabei auf meiner Reise. Irgendwie so eine Isomadde. Bisschen was zum Campen. Ich gehe zu mir. Hier ist noch so ein Steinchen. Von denen brauche ich wohl. Ich kann es nicht sagen. Genügend, sagt er. Die Bombeninsel, 78%. Ja, das sieht tatsächlich so aus, als wären das nur 15% insgesamt. Das ist tatsächlich noch nicht so viel. Ich fahre jetzt nochmal zur Bombeninsel. Ähm, und dann machen wir gleich Schicht. Oder was gibt es hier noch Feines? Können die auch nochmal kurz? Kann ich ja dann morgen. Äh, nächstes Mal. Ach, ist ja gar nicht nächstes Mal. Morgen ist ja noch lange hin, ne? Wie traurig. Ich könnte schon wieder. Ich könnte noch länger. Demonsmoker, schöne Matzen gibt's gleich. In der, äh, Late Night. Guck mal, ich hab hier richtig viele, also die Aufgaben hab ich ja alle schon, äh, äh, geschafft. Ich wollte jetzt nur eigentlich nochmal kurz rein in diese Höhle und mir den ein, den ein oder anderen, ähm, von diesem roten Blutsteinchen holen. Einfach, weil ich das letzte Mal so ungünstig versäumt habe. Und hier können wir mal den Objekt-Zauber probieren. Entweder probiere ich ihn hier, oder wir probieren ihn hier. Nein, nicht funktionieren. Nicht funktionieren. Jetzt habe ich das Gefühl, kann ich so auch langsam oder bin ich langsam auch in der Lage dazu mal genau, die für Gegner zu verwenden. Was genau ist das eigentlich für ein Ding? Irgend so ein Flakon, ne? Und wie komme ich darüber? Ob ich das schon kann? I don't know. Also was offensichtlich noch nicht funktioniert, ist, dass ich mir für also dass ich mir Unterstützung hole für so Brücken. Das hatte ich jetzt gehofft, dass ich mit dem Zauber mir auch mal so eine Brücke ranzaubern kann. Da bin ich jetzt leider enttäuscht worden. Ich hoffe, dass es da auch wirklich das ein oder andere Geheimnis zu entdecken gibt und es nicht ausschließlich irgendwie so mega einfach ist. hier glaube ich hatte ich bereits den Stein geholt, ne? Naja. Ich muss mir nur für das nächste Mal merken, was meine Mission war. Ich frage oder sage jetzt einfach mal ganz kurz ähm dem Björn oder bitte den Björn darum, dass er sich doch wieder recht darum kümmert, sich daran zu erinnern was da Phase ist. Ähm, damit ich das nächste Mal weiß. Dann können wir genauso weitermachen. Und äh guck mal, da geht's rein in die Höhle. Dann warte ich dort. Guck mal, da ist nämlich noch mal ein Stein. Was ist denn da eigentlich? Das ist ein Tor. Ja, und ein Turm. Muss ich sagen, weiß ich nicht genau, was hier zum Beispiel die beste Variante ist, dass ich da rüberkomme. Da komme ich bestimmt unten aus dem Tunnel auch noch irgendwo raus. Ähm. Bumm. Okay, wir gehen wieder rein hier in den, ähm, Tunnel. Denn da wissen wir ja, da kann mir nichts passieren. Ähm. Hier kenne ich mich gut aus. Hier bin ich souverän. Da mache ich das Spiel meines Lebens. Gar kein Problem. Das war's gewesen für dieses Mal mit Oceanhorn. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Und, ähm, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von den hoffentlich nicht 250 Folgen, die es insgesamt mal werden, weil ich so fürchterlich langsam vorankomme. weil ich mit denen, ich bin froh das,